Superblondine Brigitte Nielsen ist schwanger. Und das bereits zum fünften Mal. Auf Instagram teilt sie die frohe Botschaft mit ihren rund 66.000 Followern. Die mittlerweile 54-Jährige sitzt ganz in Weiß gekleidet auf einer Couch und präsentiert ihren Babybauch. Das Foto kommentiert die Kultblondine mit den Worten Family getting larger. Soll heißen, die Familie wird größer. Es ist eine stattliche Kugel, die Brigitte da präsentiert. Viele Fans sind allerdings skeptisch, ob Nielsen wirklich schwanger ist oder nicht. Erst vor einigen Tagen postet sie ein Video beim Lunch auf Instagram. Dabei ist von einem Babybauch nichts zu erkennen. Es könnte auch sein, dass Brigitte bei der Risikoschwangerschaft erst abwarten wollte und in der Vergangenheit nur alte Bilder gepostet hat. Es könnte sich aber auch um eine Filmrolle handeln. Sollte Nielsen wirklich schwanger sein, dann wäre es das erste Kind mit ihrem Mann Mattia Dessi.